kunz 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 ah ja das hab ich vergessen und damit herzlich willkommen liebe zuschauer zu einer weiteren runde maul und blät heute wieder im zweiten live regiment heute mit den rückrütchen da seht ihr so vor mir neu eingewiesen am sonntag und heute dabei beim mittwochslein battle oder zu springen sonst rede ich euch mit anrufen den ihr wisst was heute auf der seite der das kakas spielen wir heute also keine kaiserlichen königlichen herr so ähnlich falsch gesagt also wir sind auf der seite weil wir müssen das bellings irgendwie hinkriegen weil das zweite leib regiment und seine verbündeten einfach zu viele also müssen rekruten heute hinhalten und die bisserl weg machen also konzentriert euch rechts um und mir nach marsch die tüntel Prozent wo er das bekloppt wird überherst die Gegner doch okay die sie als der Wanner hintermöbel aber traurig nicht sofort nach hinten Kugel Achtung kann er unterstützt und sein hat für die zweite Garde davon mit dem Pferdewander spiel ich bin ich glaube uns der der Infanterien daher ja genau die meine ich was auch warte bis jetzt von links Achtung zur Kugel nächstes nach links bitte das heißt wenn die Kugel kommt auf genau für euch könnte notfalls ausweichen das ist in der Sache außer reichwerter ich sollte mal den Jägern bleiben aber ich weiß nicht was sie machen da oben ist die böse feindliche Kavallerie die wird wahrscheinlich Linien hinter sich ziehen ich denke schon ja Linie rechts von mir ausführen eine Linie auf links die werden wir noch weiter entfernen das ist die Infanterie die zweite Leibregiments Infanterie dann lass die Jäger bitte schießen wo sind die anderen Linien hingerannt warte meine meine Position vor ne abbrechen das ist Blödsinn Blödsinn wir bleiben bei den Jäger ich hab keinen Tonk ne die Whisper hat mich noch immer an ich hab meinen ausgemacht fernes halb das habe ich den Whisper ausgemacht dass ich nie weiß was die machen egal so Männers okay auf jeden Fall trifft die Artie schon mal sehr schön ne die Kavallerie traut sich nicht runter weil die genau wissen wie sie hier stehen ich hab bloß Angst dass die eine Linie formiert sich direkt gegenüber von uns ich hab bloß Angst dass die Jäger da unten nach noch eine Linie scheint nach ein Rechtsbuss aus ich verstehe ich verstehe Gott rechts wie nochmals auf den Hügel auf den müssen wir halten also den kleinen hier oder ja ich gehe eine Position mal da zurück Achtung bist du das von hinten vielleicht Pts ja warum sind ja nicht die Leute von uns auch im Gegnerteam weil das unser Regiment ist gegen das wir heute spielen aber wir sind zu viel auf die zwei Seiten des 2er jahres deswegen müssten wir leider etwas naja müssen wir es balancen das heißt ihre grütschen habt ihr Arschkarte gezogen auf deutsch gesagt und müsst kicken und spielen naja aber wir können ja trotzdem gute Arbeit leisten das heißt wir können ein bisschen weh tun die anderen Linien müssen uns hinterher sehen sonst wäre man geschnesselt von der Kavallerie na das müssen wir nicht mal sagen so schon mal Linie rechts von mir ausführen so ich gehe mal Lucky Lucky machen ich habe nur Ausführung gesagt ich soll stehen bleiben dankeschön der Fehler guck mal auf wir gehen mal hier mit auf den Hügel drauf und sag mir was da passiert oh jetzt jetzt reagiert mal ein in die hier von Österreich ui mal mitzukommen okay auf meine Position vorrückenmarsch vorrückenmarsch die sehen uns nicht eine Infanterie rechts die Jäger oder wir sind noch in Schutz sobald ihr steht ein schuss feuer frei lasst euch Zeit kehrtmarsch und rausschreiten kommen sie dann Linie hinter mir ausführen und nachladen das war mir aber klar so Adelon ich schieße jetzt den Kopf weg nicht was ich treffe mir der Pistole durchstehst du noch rechts zumindest meine Position vorrückenmarsch freies feuer schön rein schießen kommt also was wird denn das links und rechts von mir oder was wir sollten die Linie egal erst nachladen Emil und dann ausrichten nicht früher und nicht später auf meine Position zurückfallen Marsch erst nachladen dann jetzt hier jetzt nachladen kommt wenn das konzentriert euch wir sind bloß noch fünf Mann das könnte mit der rechten Seite irgendwas ne ist in unserer solange wir die erhalten können können in die Folgen das ist gut das Versuche das ist egal wir Regruten haben schon viel gemacht für unsere die Linie versucht zu flankieren ich glaube der wird auch mithilfen Achtung links und mir nach Marsch und Charge Charge schützt euch mit links und rechts Blocks oder schützt euch auf und versucht hinter unserer Linie zu kommen da hinten weg ab rückzug rückzug Kinder die verbündeten Linien hier sind wir linken hinter mir bilden ausführen rechts und freies Feuer sobald ihr steht wir müssen weg abbrechen wir nach Marsch guckt auf die weißen banner männer die weißen bahn aus mit den adler daher lauft ihr den hinterher wenn das linie bilden ernsthaft die schießen das noch immer rhein mike ja ich bin tot ich möchte noch am leben haben du führst jawohl und jetzt packt darum ich möchte nicht mehr dass ihr stirbt aber ihr sollt mich natürlich schon ansehen können ja nicht schlecht da haben sie natürlich die situation ausgenutzt das war leib reglement und hat das natürlich schon wieder verjagt unsere kavallerie also unsere verbündete kavallerie also in dem fall ist die kavallerie der österreicher war halt nicht da nicht so oder von mir da ich wieder zu einer einfachen linie hinter mir so linie halt stellen erhalten durchladen da habt ihr alle einen schuss im armen ja so links wieder zurück stehen bleiben männer ist nur die zirka flex wasser zum umdrehen benutzen das sieht ja aus männer es konzentriert euch kommt so auf meine position vorrecken marsch aufgestaffelt bitte nächstes mal gibt unsere kruz sind etwas nervös bild zu entschuldigen liebe zuschauer so dann auf meine position vorrecken das heißt er macht eine linie links von mir schneller dann nach marsch das dort das sei da alles ein bisschen hektisch die flankieren nicht rechts und links wenn man versuchen die linken aufzuhalten versuche in der jahre zu kommen dass ich noch schießen kann dass die artiges feuer auf die zentrieren können ja das machen wir sehen aber die reagieren doch die reagieren jetzt können sie gut darauf genau dazwischen durch lauf dazwischen durch wir sind schon wieder an der linie die nicht mehr die nicht fähig ist gut das heißt er schließt er jetzt da artigat an der gärtner nein da muss er nicht ich weiß warum die mission haben die hier anschließen ja gut dürfen es auch nicht also wir dürfen ja keine artigat mehr anschließend das ist das doofe das sind glaube ich überheben wie es sich einer linie an wenn es auch eine linie ergeben hat die in standwehr die roten zum beispiel da so in dem roten hinterher genau das ist jetzt unserer linie folgt auf deren befehle mit dem so wie sie ausstehen genau schießen dann wird jetzt start und start heftig gegenseitig glock sicher blocken wenn das nicht bloß reinstechen auch blocken und wenn ihr euch nicht sicher seid dann blockt lieber ein oder zweimal meine gut noch wer ist das technische sie sich nein du hast darfst nicht schießen im schadstoff nicht mehr geschossen werden schön wackel kriegst du noch der schon kommen muss bloß ob nicht bei kinder die was auf hinterher kann man da wie kommt von links so wie der heiter die der lege länder ist ich habe es jetzt ging was auch sie kann auch links und rechts schlagen versucht ein team kann man versuchen kameraden zu finden oder irgendjemanden versuche jemanden zu finden der hilfe wir haben gut gekämpft das war schon dass wir sein groten erreicht haben das war auf jeden fall ja bitte nervös noch die formationen das geht besser wenn das ab morgen ist die schon zeit vorbei ab dann sagt dann wird es hart für euch wenn ihr fehler macht kommt wieder voraus so naja wir haben gesehen das zweite leibregiment unser regiment das ist sehr 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 gut wir haben gar gesehen wie die uns in einen einzigen geschlag zerstört haben so muss das sein da gibt es überhaupt gar nicht schande immer noch mal schiebt die kümmern sich entdeckt wenn man bei der kamerlerie bleiben die grünschen geschützten wir haben 100 gegen 100 allein bettel 100 gegen 100 liebe zuschauer und sagt ne 1 1 1 1 1 kommt zumindest nicht auf den server ja genau die linie recht zu mir du tust dich mal da hinten da hinstellen auf den hügel da diese eine piste kuppe da genau da wo du gerade darauf zuläufst und sagst mir wenn alle gesamten linien gesamten nie also für die nächste runde wenn alle gesamten linien auf der hälfte wo uns sind dann rücken nämlich vor auch wenn ich gesagt habe ich sollte das nicht alleine probieren möchte ich trotzdem mal wissen ob sie trotzdem ihre art verteidigen würden so was soll ich jetzt bitte sein du sollst dann auf diesen hügel hügel auf diese pin pimmelkuppe z kuppen kuppe ja auch immer und soll es dann einfach gucken weil du siehst wann ihre gesamten linien auf der rechten seite verschwunden sind oben auf diesen op hügel wenn sie das sind sagst mir bescheid werde ich mich links vorrücken und versuchen die artig zu chargen wenn sie gerade nämlich nicht aufpassen natürlich was anderes wenn sie links pushen ne die artillerie stellt sie wird links nicht pushen die artillerie stellt sich alleine auf denkt daran die haben kavallerie und die ist sehr sehr schnell und sehr sehr effizient ne du weißt schon dass ich im selben regiment wie du bin oder komischerweise ne so habe ich nicht gesagt so ich sehe keine infanalyze hier einen jäger spazieren ich sehe die gegner haben zwei artillerie stellungen eine links eine rechts ich sehe keine feindbewegung auf der linken seite ich sehe auch keine auf der rechten seite sie rücken alle auf rechts vor alle linien schauen vorwärts gegen auf uns ja denkt dran sie sind noch nicht so weit du kannst du jetzt ein bisschen stealth kannst du dich verstecken aber pass auf dass sich die art nicht sieht man das zur richtung richtung artig zentrieren das heißt darauf achten wenn die kugel auf uns geschossen das seht ihr im kegel der kegel rund ist dann kommt die kugel auf euch zu da müssen natürlich aufpassen sondern nie getroffen werdet und sie richten sich gerade nach uns aus doch nicht ich versuche die art ein bisschen auf falsche pferde zu locken ja die art wird vielleicht mal informieren ja schade also mit dem kakani wispern können vielleicht machen wir das irgendwann eine art ist ausgerichtet achtung schuss nicht ploppen ich gebe weiter bescheid über feinde aktivitäten rechts alles linie halt alle irgendwer geht jetzt rechts die jäger gehen wahrscheinlich jetzt gleich rechts also zu uns links sagen wir so kehrt um müssen jetzt schnell umbringen rechts mir nach was die schießen auf mich die war knapp die dag oder bleibt oder bleibt oder fahrt du die da an ihm du darfst in ihrem boden und so ist ich weiß aber es schaut so aus als würden die gegner gleichen kenntnis gesetzt das heißt wir müssen entweder schnell die art besetzen oder uns zurückziehen aber ich denke wir wollen die art ja und jetzt kommt noch eine linie zur unterstützung linie und jäger kann man nicht weiter besiegen linie rechts zu mir ausführen freies feuer lasst euch zeit schießt auf die art lasst euch zeit allerzeit der welt habt ihr noch sind die linie nicht da wenn die linie auf der höhe der art dann müssen wir uns zurück sind achtung kugel drüber also ihr seht ihr könnt einer kugel ausweichen sie jetzt relativ rechtzeitig wie steht es denn eigentlich 100 101 am leben 88 am leben da boah ist mal zeit gut aufpassen wir haben uns auf das gleiche eingeschossen rückzug die anderen sollen drüber pushen während wir die aufhalten linie links von mir ausführen links wenn das längst nachladen sofort nachladen guck mal bitte wann die jäger kommen ich will sie auf die nachrücken da kommt der verbündete linie von noch dahinten ich hoffe dass die nicht nachrücken weil das die sehner da verbündete linien davon zu kommen google wo knapp was diese konzertung meine position vorrücken gestaffelt marsch erst aufmarsch männer nicht in die schutzweite bin ich doch nicht richtig sehe mich jetzt machen müssen ist die linien ablenken damit unsere über rechts vorwischen können sehen können ich mich noch nicht jetzt kommt noch mehr von uns über links wieso für uns weiß ich nicht schau doch mal ich komme alle zurück ne oh scheiße rücken aber ohne vorne ganz knapp ganz ruhig scheiße ich etwa in die hosen ach ja stellt er stellt euren herzschritt machen wieder richtig ein mein gott ich habe schon cool knutschen können so nah waren die kavallerie greift dann ein wir sollten jetzt auch mitschießen fertig machen legt an feuer jawohl sehr schön judge judge in euch in euch in euch passt auf in euch passt auf die kavallerie auf lasst euch nicht weg snacken sehr schön das liegt in ihr sehr gute arbeit schön gedoppelt achtung zurückfallen zurückfall rückzug 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 ab zu uns und hier wir müssen hier weg da hinten kommen noch linien weg weg von dem hügel runter von dem hügel mit рис rückzug rückzug kommt schon rückzug rücken oder was sehr gut ich bin doch da ja ich hab's gesehen das ist dein ernst alter was war denn das für bug egal dass wir gemacht haben wir sehr sehr gut wir haben den links wahrscheinlich leitet auch wenn unsere unsere mitglieder über recht beschnitten sollen wir haben halt nicht die karte einbissbar also wir haben alles getan was für ihre groten möglich ist sehr sehr gute leistung ja auch gehalten hat und überlebt hat das ist schon mal die beste letzte wir gebracht das ist jetzt nicht zum spiel allgemein ich würde mal kurz fragen ob der feder mal kurz meine freundschaft von frage annehmen kann ich muss den passen dass die Fragen müssen die schlüsse wissen dass du den ersten Nilsbruch wie ich darf nicht fragen Passwort ab um Passwort er geändert tut mir leid um ja ich habe die viele große Linien haben die Elf für mich voll verarscht fünft Naja ist halt so aber ihr macht einen guten Job mhm